Am 8. November war es nahe der norwegischen Küste zu einer Kollision eines norwegischen Kriegsschiffs mit einem Tanker gekommen. Die Fregatte wurde dabei so stark beschädigt, dass sie auf Grund lief und fast völlig versank. Die Besatzung konnte gerettet werden. Jetzt gab die staatliche Havariekommission bekannt. Zu dem Unglück war es gekommen, weil die Brückenbesatzung der Helge Ingstad das Tankschiff für ein stationäres Objekt gehalten hatte. Der Tanker Solar TS hatte beim Ablegen vom Ölterminal in der Nähe von Bergen die Deckbeleuchtung eingeschaltet, wodurch die Navigationslichter nicht zu erkennen gewesen seien, heißt es in dem Bericht. Es sei schwierig gewesen, zwischen dem Licht an Bord und dem Licht des Terminals zu unterscheiden. Warum der Tanker nicht auf dem Radar erkannt wurde, konnte die Havariekommission nicht beantworten. Auch beim Funkverkehr zwischen den beiden Schiffen und der Seeverkehrszentrale gab es Missverständnisse. Als die Solar TS die Fregatte vor einer Kollision warnte, glaubte die Besatzung des Militärschiffs, mit einem anderen Boot zu sprechen. Der Funkverkehr sei ein Aspekt, den man intensiver untersuchen wolle, so die Kommission. Ja. und